Rasten Ich meine, jetzt kriege ich haufenweise Geld und so, aber... Verdammt, was war das für ein Scheiß? Ich geh mal mit dem Schild rein Das Stück kann ich verkaufen Das nicht Ähm, die Schilde kann ich verkaufen Oop 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 Und da fiel mir gerade auf, dass ich vergessen habe, die Tür noch zu nehmen. Hurra! Ähm... Ja, was jetzt? Ich will sie... ...speichern! Richtig! Wichtig! So. Ähm, äh... Ja, ich bin gerade ein bisschen hinzumüde und so. Ich kann echt nur hoffen, dass wirklich da liegt, dass... ...nach das Nacht ist... ...und jetzt irgendwie rassend durch. Ich weiß es nicht, bitte, dass du nimmst, weiß ich's. Was soll der Scheiß? Ja... Hurra! Ähm... Soll ich das kommentieren gerade hier? Hm... Den zahlt es halt da. Wurra! Ja... ...und... ...zu reißen wir richtig. Ähm... Ja, dann kommen wir nochmal die ganze Scheiß. Ich hab... ...ich weiß aus meinem Gedenkstrotokoll, dass sie irgendwo noch ein Dorf umfügel ist eigentlich. Ich hab jetzt einfach, dass da doch ein bisschen Müll los wäre. Und... ...und wieder... ...Hinterhalt. Zwo, eins... ...machbar. Party vorrücken... ...angreifen... ...angreifend überlebt nicht lange... ...und greifend im Nachkampf mit einem Pfeil an. Und wer macht hier einen Schaden? Hat Tom keine Waffe ausgerüstet? Tom hat den blauen Dolch, das ist doch eigentlich mächtig. So... ...machbar. Hm... ...machbar. Hm... ...machbar. Vielleicht war die... ...nummer den versuchten Waffen doch nicht so gut. ...machbar. ...angreifen. Nein, nicht mit mir, Kollege. Party vorrücken. Frostsplitter. Ich bin jetzt grausam. Und nimmer gebraucht. Gut. Ähm... Warum ist Tom schon wieder mit oben? Was bist du für ein Held? Alle fünf Minuten bist du K.O. Ich hätte jetzt auch keine Held-Helke mehr. Hm, wir brauchen einen Held, danke. Was soll das? Wenn das saubern... ...weinen... ...auf Tom. Wenn das saubern... ...weinen... ...auf Tom. Wenn das saubern... ...auf Tom. ...so... ...unds Abdeizung... ...bittert mich nur... ...dass ich die Scheiße hier durchgefunden habe... ...antiggekriegen. Und geschafft! Yeah! Ja, ein Schild. Hallo Schild. Sag was Schild. Dann schauen. Auf dem Schild steht geschrieben... ...nach Avalon... ... und helft euch südwestlich. Südwesten wird gemacht. Uh, gucken. Ganz schlechte Erfahrung. Und überlebt. Hm. Eine Straße. Mir fällt auf... ...ich hab bisher auf dem Kontin... ...noch kein einziges... ...wilderlumpf um... ...laufendes Monster gesehen. Und ein Dorf. Je. Ähm... ...ja. Dorfbewohner, dann Netztext... ...und so wie immer. Schau's mal nach, was es hier so gibt. Warum ist der Anführer? Das wird Stammesoberhaupt sein, schätze ich mal. Was haben wir hier? Anschauen. Die Früchte Avalons. Netter Name. Lass mich raten. Sorry den Reisemil. Bei mir bekommt ihr alle Bekösslichkeiten Avalons zu günstigen Preisen. Proviant. Okay, ähm... ...brauch ich nicht. Und dort unten ist noch ein Schild. Hm. Anschauen. Auf dem verwitterten Schild ist gerade noch zu erkennen. Verkauf und verkaufe viele Dinge. Ein Gemischwarenhändler? Bitte sag Ja. Bitte sag Ja. Ansprechen. Rifrako. Togetin. Ah, Reisende wie ich sehe. Hm. Gut. Sehr gut. Kennen wir uns? Oder nicht? Ach egal. Hm. Ihr braucht sicher etwas, das euch die Reise erleichtert. Hm. Oder habt ihr dem alten Rifrako etwas Schönes aus fernen Ländern mitgebracht? Hm. Seht nicht bitte euer Angebot. Oh, oh, oh. Was ist das? Ein roter Musikkristall. Ein Schutzamulett. Feuerklinge. Traumschild. Leuchtstab. Uh, das Monsterauge. Was hat denn der für Zauber? Blendfunke und Schlafspur. Und das ist kein Zauber. Ah, ein Kristalldeutsch. Nummer 5812. Und triffe leise an. Hm, hm, hm. Hm, ja. Erstmal verkaufen. So, das. Zehn. Episch. Zehn. Zehn. 4,5. Ähm. Ne. Ich muss ein bisschen abwiegen, was ich verkaufe und was nicht. Zehn. Ne, warte mal. Das ist doch bestimmt Zehn. 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 Das wird jetzt unlustig. Zehn. Zehn. 5,8. Siebenundzwanzig. Zehn. 24,5. Tiro. Ne. 4,5. Tiro. Tiro. Brauch ich so viel Spitzhacken? Eigentlich nur nur eine. Ach, das hätte sogar Spitzhacken. Wie nett. Die Bögen brauch ich auch nicht. Die sind ja sogar was wert. Krass. Da würde mich glatt interessieren, was ist denn die Goldsenschläge wert? Hm, nein. So. Das hier hat auch noch so ein Schwert. Noch ein Satz Stiefel. Zwei Kugeln. Noch so zwei Kugeln. Oh, die Lederrüstung ist das wert. Und eine Spitzhacken. Bitte sagt, das reicht. Es reicht nicht. Hm, so ein bisschen noch. Muss ich jetzt überlegen. Was sind denn die Schuhe wert? Eins. Ich muss rechnen. Das kann ich verkaufen. Das ist gut. Das Ding ist wertlos. Der Zauberspruch ist Müll und so und verkaufen. Das Ding ist natürlich... Das Ding ist natürlich... der Mundstange geht auch nicht. Der Kristalldurch war noch drin. Das kann ich nicht verkaufen von wegen... ... realistigen Gestand. Warum ist die Pistole wertlos? Das ist auch so ein Rätsel. Ja, höchst du nicht machen. Okay, danke fürs Gespräch. Das heißt, das war die offizielle Inselerkundung. Wenn ich noch was Interessantes zeige, finde, zeige ich es euch natürlich. Und ansonsten, das nächste Mal, das Dorf hier im Letzt Text und, ähm, tschüss.